willkommen in der zukunft jetzt ist es soweit unique präsentieren hier und heute in einer fashion show in den räumen von microsoft ihre erste kollektion die basierend auf bewegungsdaten von einer künstlichen intelligenz designt wurde über 170 leute sind hier zusammengekommen um die hochmodische urban sportswear zu besichtigen also ich finde auf jeden fall dass man sie sehr gut tragen kann die mode ich habe mich ein paar sportteil auf jeden fall sofort verliebt und da mir ja so zum joggen oder so kann ich mir sehr gut vorstellen oder yoga machen ich fand die prinz total cool eben was man aus daten machen kann damit hätte ich gar nicht gerechnet ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen aber ich bin sehr positiv überrascht von der kollektion unique ist ein berliner start-up und hat den designprozess digitalisiert die software nutzt neuronale netze um hochindividuelle designs zu erstellen die modedesignerin anna franziska michel und ihr team wurden mit dieser idee vom land berlin esf und der htw mit dem berliner start-up stipendium ausgezeichnet bei unserer software sammeln wir die daten von sportlern oder die sportler schicken uns ihre daten zu und wir haben dann algorithmen entwickelt die diese daten in ein design umwandeln wir finden es super gelaufen viel arbeit und wir sind total glücklich dass heute unsere designs durch eine software entstanden sind zum ersten mal weltweit ersten mal gezeigt worden sind hier in berlin auf der fersche wenn technologie und fashion zusammenkommen dann steckt meist unique dahinter und wir erhalten hier doch etwas ganz besonderes